Eine mögliche neue Handelswährung der BRICS-Länder ist aktuell in aller Munde. Ob es nun wirklich im August eine Ankündigung dieser Währung geben wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber klar ist aus meiner Sicht, dass die BRICS in irgendeiner Art und Weise handeln werden. Heute schauen wir mal, welche Power diese Länder haben und blicken dabei sowohl auf die wirtschaftlichen Entwicklungen als auch auf die Rohstoffe. Denn ohne Rohstoffe, da würde unser tägliches Leben gar nicht funktionieren. Egal ob Smartphones, Tablets oder vieles andere. Es wird also sehr interessant. Dann also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Mein Name ist wie immer Jan Willhöft und das ist ein neues Video von Axino Capital. Wir sind seit 35 Jahren als Investoren im Rohstoff- bzw. Bergbausektor aktiv und haben nicht nur ein großes und internationales Netzwerk, sondern auch die tiefen Einblicke in die Industrie, die wir euch hier regelmäßig weitergeben. Mit einem Daumen nach oben könnt ihr uns und unserem Team etwas zurückgeben. Jetzt starten wir aber direkt mit dem Video. Also die BRICS, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und auch Südafrika. Und verschiedenen Aussagen und Analysten zufolge planen diese Länder eben eine eigene Handelswährung oder auch Recheneinheit zu etablieren, welche mit Gold oder anderen Rohstoffen gedeckt sein könnte, um eben Vertrauen zu erlangen und dann im Long Run dem US-Dollar eine ernsthafte Konkurrenz zu machen. Neben den genannten Gründerländern sind aber auch einige andere Länder an einer Mitgliedschaft interessiert, darunter zum Beispiel Ägypten, Indonesien, Mexiko, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate. Von den 19 Staaten, die sich interessieren, haben 13 einen offiziellen Aufnahmeantrag gestellt, darunter Algerien, Argentinien, Iran und Saudi-Arabien, so heißt es. Einige Länder werden von uns aus dem Westen vielleicht eher als fragwürdige Partner gesehen, aber ich sage ja immer, dass wir nicht so abwertend auf viele Länder schauen sollten. Denn einige Länder haben echt einen Entwicklungsprozess durchlebt und machen große Fortschritte in vielerlei Hinsichten. Aus meiner Sicht wäre es zu einfach zu sagen, naja, die Länder, die haben ja gar keine Power und daher können sie ja weder den Amis noch dem US-Dollar eine wirkliche Konkurrenz machen. Der hier eingeblendete Chart, der zeigt recht gut, dass die BRICS-Länder durchaus in Hinsicht auch auf das Bruttoinlandsprodukt echt aufgeholt haben und die G7-Länder hingegen tatsächlich stark nachgelassen haben. Auch zeigt diese Tabelle hier, dass Experten schätzen, dass die BRICS bis gerade mal 2028, also gar nicht mehr so weit hin, einen Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen könnten. Schaut man sich auch hierzu im Vergleich mal die G7 an, dann gibt es also ehrlich gesagt kaum Gründe, überheblich zu sein. Aber wir sehen nicht nur die Power auf wirtschaftlicher Ebene zunehmen, sondern wir berichten euch ja hier immer wieder, dass wir in Zukunft natürlich unglaubliche Mengen an Rohstoffen brauchen. Ich habe euch hier mal zwei Charts mitgebracht, die waren auch in unserem Webinar so als Folie zu sehen. Wenn ihr euch für das Webinar interessiert, kommt es ebenfalls in den nächsten Tagen hier nochmal online. Ich habe schon gehört, dass sich wohl einige für die Aufnahme interessieren. Dann sehen wir hier also auf dem linken Chart, der ist von Statista, dass wir bis 2030 eben deutlich mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen wollen. Sowohl Plug-in-Hybrids als auch reine E-Fahrzeuge. Und rechts im Chart, da sieht man ergänzend auch nochmal sehr gut, wie viel mehr verschiedene Rohstoffe und auch mengenmäßig ein Elektrofahrzeug am Ende des Tages braucht. Also im Vergleich zum herkömmlichen Verbrenner reden wir von enormen Mengen, die an Rohstoffen aufgebracht werden müssen. Dazu kommen auch Rohstoffe wie Lithium und auch seltene Erden. Die haben bis vor kurzem eigentlich nie so extrem interessiert. Heutzutage brauchen wir sie hingegen tonnenweise. Und daher wollen wir jetzt auch mal gemeinsam schauen, was die BRICS denn eigentlich so für Rohstoffe haben und wie wichtig diese Länder eigentlich sind. Ich gehe jetzt natürlich nur durch ein paar Punkte. Unsere Redaktion wird dazu auf axinocapital.de nochmal einen ausführlichen Bericht für euch verfassen, wo ihr alles dann im Detail nachschauen könnt. Auch wir können später nochmal mehr in die Details gehen. Wir starten jetzt einfach mal ganz vorne beim B für Brasilien. Ja, Brasilien ist tatsächlich einer der weltweit führenden Produzenten und Exporteure von Eisenerz. Auch Bauxit, was man zum Beispiel für die Produktion von Aluminium benötigt, sowie Nickel, Kupfer und auch eine lange Goldhistorie kann das Land aufweisen. Ja, zudem gibt es dort auch weitere Rohstoffe, beispielsweise Öl in größeren Mengen im Land. Doch natürlich, eine der größten Challenges ist es hier, dass die Materialien natürlich auch umweltschonend aus dem Boden kommen, denn viele dieser Rohstoffe, die liegen im Amazonas. Wir gehen weiter nach Russland, ja, das gilt als das rohstoffreichste Land der Welt. Klar, es ist natürlich auch eines der größten Länder, die wir bei uns auf der Erde haben. Vor allem beim Öl hat Russland aber Vorkommen mit über 100 Milliarden Barrel. Und das alleine entspricht ca. 6% der weltweiten Reserven. Auch natürlich Gas und Kohle und vor allem aber auch Palladium, wo Russland beinahe den halben Markt beherrscht, spielen für das Land eine Riesenrolle. Außerdem ist das Land ja auch gar nicht dicht bevölkert und der Abbau der Rohstoffe ist auch zudem einfach und kostengünstig. Ja, auch was Gold betrifft, hat Russland wohl die Gruppe Wagner hinter sich, welche eben in anderen Ländern wohl Goldminen betreiben. Dazu hat aber mein Kollege schon einen sehr guten Artikel auf unserem Investorenportal ausgearbeitet. Den könnt ihr euch einfach mal im Detail anschauen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Indien ist ebenfalls ein sehr wichtiger Akteur auf dem Rohstoffmarkt. Sowohl als Verbraucher, aber auch als Produzent von Kohle haben die Inder eine extrem große Rolle inne. Aber auch Eisen, Stahl, Bauxit und Kupfer kommen hier wieder in größeren Mengen vor. Und auch Uranvorkommen für das Betreiben von Atomkraftwerken kann das Land vorweisen, in alles in größeren Mengen. Also auch hier in Indien, da ist etwas zu holen. Und auch China ist ein absoluter Big Player im Rohstoffbusiness. Ja, ohne China sehre die Welt schon jetzt ein wenig anders aus, denn gerade die Verarbeitung und den Export von seltenen Erden beherrscht das Land nahezu vollständig. Daher wollen viele Nationen nun ihre seltenen Erdenproduktion ebenfalls in die eigene Hand nehmen und sich dafür unabhängig von China machen. Im Punkt der Unabhängigkeit sind wahrscheinlich Australien und die USA im Bereich der seltenen Erden Vorreiter. Auch andere wichtige Rohstoffe hat das Land in enormen Mengen. Denn Erdöl, verschiedene Erze, Gold, Kupfer, Zink und auch Kohle. Der Rohstoffsektor ist einfach einer der wichtigsten Märkte für den Wachstum des Landes. China investiert daher auch nochmal verstärkt in die Rohstoffgewinnung und Verarbeitung, auch im Ausland. Denn dort, wie ich euch schon immer wieder sage, rennen die schon seit locker zehn Jahren mit ihren Geldkoffern durch die Gegend, um sich eben rohstoffreiche Böden und Projekte zu sichern. Und das alles hat der Westen im Prinzip komplett verpennt. Daher haben die Chinesen auch eben große Mengen an Lithium und weitere andere Metallvorkommen im Portfolio. Und das echt nicht zu knapp. Vieles auch eben außerhalb von China. Leider kommt natürlich auch in dem Welt die Umwelt eher zu kurz. Zwar ist China dahingehend schon etwas besser geworden als noch vor ein paar Jahren. Aber die Standards in Kanada oder auch Australien, die sind natürlich zweifelsohne Stand jetzt noch viel höher. Zuletzt schauen wir auch nochmal auf Südafrika. Das Land ist eben eines der bedeutendsten Produzenten von metallischen Rohstoffen und auch von Industriemetallen. Aber zum Beispiel gibt es auch viele Mengen an Diamanten im Boden Südafrikas. Also auch da ist das Land natürlich sehr interessant, was das Thema Rohstoffe angeht. Ich möchte es echt nicht zu lang machen. Aber auch die Liste der Bewerber, die hat natürlich bedeutende Vorkommen jeglicher Rohstoffe. Ich meine, die Ölvorkommen der Golfstaaten, die sind wohl jedem bekannt. Und auch, dass in Südamerika und vor allem auch in Afrika viele, viele, viele Rohstoffvorkommen sind. Das dürfte den meisten klar sein. Ja, ich nenne sie mal die neuen Metalle, also sowas wie Lithium, allem voran. Klar, Australien ist immer noch der Vorreiter im Thema Lithium. Aber eben in vielen anderen Ländern gibt es große Mengen. Ich möchte nochmal betonen, dass alleine die Abhängigkeit beim Thema seltene Erden aus China so groß ist, dass wir echt blöd aussehen würden im Westen, wenn der Chinese einfach sagt, boah, wisst ihr was, ich hab gar keine Lust mehr auf euch. Ja klar, auch Australien, die USA und Kanada, die haben auch viele Rohstoffe. Und das sind natürlich Länder, die dem Westen eben wohlgesonnen sind. Es ist aber Fakt, dass die BRICS wirklich so eine Art Rohstoffunion sind und man diese Länder und deren Einfluss echt keinesfalls unterschätzen sollte. Vielleicht wird es im August keine Ankündigung einer BRICS-Währung geben. Ganz ehrlich, wir haben keine Glaskugel, mit der wir das voraussagen können. Aber ich bin mir 100% sicher, beziehungsweise wir, dass diese Länder sich irgendetwas einfallen lassen, wie sie sich eben aus der Abhängigkeit des Westens lösen können. Ist doch ganz klar, ja, wenn der Westen, beziehungsweise, ja, allen voran die Amerikaner, haben seit dem Zweiten Weltkrieg die absolute Macht auf der Welt und diese nutzen sie eigentlich auch immer mal wieder aus und festigen sie immer wieder. Doch ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Amis auch in Zukunft alles so zu 100% jonglieren können, wie es ihnen gerade passt. Dafür spricht einfach, dass die Wichtigkeit der BRICS-Länder zunimmt. Ja, versteht mich nicht falsch, weder Amerika noch der US-Dollar werden irgendwie über Nacht total an Relevanz verlieren, aber es tut sich eben einiges auf der Welt. Ja, auch in Südamerika, einfach um da zum Ende nochmal hinzugucken. Chile hat beispielsweise gesagt, dass sie in Zukunft mehr als 50% aller Lithium-Projekte haben wollen. Ja, auch in Mexiko und anderen Ländern wird immer mehr geschaut, was mit den Rohstoffen aus dem eigenen Land passiert. Es würde mich also nicht wundern, wenn sich in einem absehbaren Zeitraum so einiges auf der Welt tut. Ja, ich kann und ich will hier gar keine konkreten Spekulationen in den Raum bringen. Das könnt ihr gerne einfach mal in den Kommentaren machen und mir gerne mal schreiben, was ihr glaubt, wie denn diese ganzen Machtverhältnisse beim Thema Leitwährung, beim Thema generell Weltmacht in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren aussehen werden. Ja, glaubt ihr, dass in 10 Jahren die Welt immer noch so ist, wie sie jetzt gerade ist, mit den Amerikanern und dem US-Dollar an der Macht? Ich meine, wir sehen ja schon, dass die Relevanz bzw. die Reserven, die andere Länder in US-Dollar halten, deutlich abgenommen haben. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt und was ihr glaubt, wo die Reise hingeht. Doch interessant wird es natürlich dann am Ende auch, wie die Amerikaner auf diese ganzen Entwicklungen reagieren werden. Damit werden wir uns in den nächsten Tagen auch nochmal hier auf dem Kanal im Detail befassen. Die Frage ist, was kannst du jetzt eigentlich aus all dem mitnehmen, auch vielleicht als Blick als Investor? Nun ja, also wenn der Westen unabhängiger von, wie gesagt, beispielsweise China und auch Russland in Bezug auf Rohstoffe werden will, dann ist doch klar, dass sich einiges tun muss. Ja, die USA zum Beispiel will den Bedarf an sogenannten kritischen Rohstoffen bald mit der Produktion des eigenen Landes decken. Doch damit das auch passieren kann, müssen halt eben auch ein Haufen neuer Minen her. Wie gesagt, wir bleiben bei seltenen Erden, da gibt es im Land nur eine produzierende Mine. Aber laut Chris Gibbs, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch CEO von American Rare Earth ist, werden locker 10 bis 15 produzierende Minen im Land benötigt, damit die USA dieses Ziel eben auch erreichen kann. Ja, es wird also eine spannende Zeit. Für Leute, die sich mit Rohstoffinvestitionen befassen, da bin ich mir sicher. Wir sind entsprechend positioniert. Eine Anlageberatung geben wir natürlich nie. Und ihr solltet immer unseren Disclaimer beachten, euch immer vorher informieren, bevor ihr Investmententscheidungen trifft. Wir sind eben dafür da, euch bestmöglich zu informieren und euch auch unsere Erfahrungen mitzugeben. Jetzt, wie gesagt, seid ihr gefragt. Diskutiert gerne mal mit mir gemeinsam in den Kommentaren, wie eine Welt in 10 Jahren aussehen könnte. Werden die Amis noch immer die große Weltmacht sein? Wird es eine multipolare Weltordnung geben, wo also viele verschiedene große Mächte zusammen im Prinzip die Geschicke der Welt jonglieren? Oder glaubt ihr, dass die Amerikaner vielleicht in Zukunft ganz abgelöst werden? Ich bin super gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier demnächst im nächsten Video wieder.